Kommt die Bezahlkarte für alle oder in anderen Worten, kommt es wirklich zur totalen Kontrolle und Überwachung der Finanztransaktion deutscher Bürger? Es gab jetzt eine Aussage eines CDU-Politikers, die nochmal Kritiker hat aufhorchen lassen, ob da nicht auch hinter der Bezahlkarte schon mehr Absichten stecken, als man bisher kommuniziert hat. Darum soll es in diesem Video gehen. Erstmal, was wissen wir? Es wird heute etwas spekulativ, aber wir wissen, dass die Bezahlkarte auf jeden Fall eingeführt werden soll. So viel scheint politisch sicher zu sein. Über die Umsetzung wird gerade noch gestritten. Und jetzt gab es ja von Anfang an Befürchtungen, die hingegen in Richtung dieser Bezahlkarte geäußert wurden. Und das ist zum einen, dass es sich hierbei um einen Teil einer Salami-Taktik handeln würde. Und dass es hier eigentlich darum geht, die Einführung des digitalen Zentralbankgeldes, also dem digitalen Euro, mit zu ermöglichen oder zu bestärken. Die Programmierbarkeit von elektronischen Wallets zu normalisieren und dann eben auch das Bargeld noch abzuschaffen. Und wenn das eben zusammenkommt, dass wirklich alle den Zentralbank-Euro nutzen und dass es kein Bargeld mehr gibt, dann hat man eben diese Dystopie auf jeden Fall geschaffen, dass es eine totale Überwachung des Konsums gibt seitens des Staates. Und somit natürlich totalitäre Maßnahmen oder Gegebenheiten geschaffen sind und alle möglichen Formen von Machtmissbrauch dadurch passieren kann. Und es gab etwas, das diesen Verdacht noch bestärkt hat. Und zwar hat man vor nicht so langer Zeit die technischen Richtlinien veröffentlicht, seitens dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Und diese beziehen sich eben auf diesen digitalen Euro. Und dort hat man auch aufgehorcht. Ich habe hier mal diesen Absatz übersetzen lassen mit Diepe und noch etwas sehr angepasst, damit das auch in richtiges Deutsch übersetzt wurde. Und da ist besonders dieser zweite Absatz interessant. Im ersten geht es einfach darum, dass diese Technik gewisse Kernfunktionen haben soll, aber dass man die auch programmierbar lassen soll und dass man da gewisse Zusatzfunktionen hinzufügen könnte. Zum Beispiel, ich lese jetzt vor, die Unterstützung für die automatische Auslösung von Zahlungen, wenn vordefinierte Bedingungen erfüllt sind, das ist jetzt nicht so spektakulär, automatische Zahlungen, oft als Programmierbarkeit bezeichnet. Das heißt, damit ist schon mal die Bestätigung da, dass auf technischer Seite der digitale Euro auch so angedacht ist, dass er eben programmierbar ist, so wie die Bezahlkarte auch programmierbar ist und für gewisse Zwecke eben geschaffen ist. Wir lesen hier weiter. Oder Zahlungen zu verbieten, wenn eine Brieftasche, die nur für bestimmte Zwecke ausgegeben wurde, außerhalb ihres zulässigen Bereichs verwendet wird. Das ist eben genau die Funktion, die die Bezahlkarte auch hat. Und damit ist ein starkes Indiz dafür geschaffen, dass zumindest aus technischer Seite jetzt schon angedacht ist, dass der digitale Euro diese Funktion auch erfüllen können soll. Natürlich ist das jetzt spekulativ, was dann wirklich auf der Funktionsebene umgesetzt wird mit diesem digitalen Euro. Jetzt kommen wir aber zu der CDU und zwar konkret zu Maximilian Mörseburg, CDU, CSU, vom 22. Februar 2024 bei der offenen Stunde des Bundestags. Und das ist nur ein kleiner Satz, der gefallen ist, der aber so lautet, Ich bin sehr optimistisch, dass die Bezahlkarte ein großer Erfolg sein wird. Vielleicht wird sie sogar so erfolgreich sein, dass wir bald diskutieren, das Konzept Sachleistung durch Bezahlkarte auf weitere Bereiche im Sozialsystem auszuweiten. Und da ist ja eine Absicht sehr klar deutlich, dass eben diese Bezahlkarte, die bisher für Asylbewerber, also sozusagen für potenzielle deutsche Staatsbürger angewendet wurde, dass es die Absicht gibt, das auch auszuweiten auf das gesamte Sozialsystem. Das heißt eigentlich, dass dann alle deutschen Bürger oder potenziell deutschen Bürger von dieser Bezahlkarte betroffen sind, dass das für sie gilt, dass halt so Einschränkungen gemacht werden, wofür sie ihr Geld ausgeben können. Und das bestätigt so ein bisschen die These, die auch am Anfang im Raum stand, dass man gesagt hat, man führt das jetzt für die Asylbewerber ein, weil das auf wenig Widerspruch stößt bei den Kritikern, die eigentlich auch gegenüber der ganzen Kontrolle seit Staates gerade kritisch eingestellt sind, die auch oft die Immigrationspolitik, Asylpolitik als kritisch empfinden, dass die sagen, okay, immerhin wird mal etwas dagegen getan, dass mit den Steuergeldern irgendwie so unvernünftig umgegangen wird. Aber dass das eben dazu führt, per Salami-Taktik, dass das auch ausgeweitet wird und dass dann auch im Endeffekt alle davon betroffen sein werden. Das ist natürlich nochmal etwas anderes zu sagen für Sozialleistungen als für alle generell. Das ist natürlich auch noch ein riesiger Schritt. Aber wir sehen ja auch, dass es schon so Ideen gibt in diese Richtung, zum Beispiel unter dem Vorwand des Klimaschutzes. Hier mal beispielhaft John Michael Evans, das ist der Präsident der Alibaba Group und der auch 20 Jahre bei der Investmentbank Golden Sex war, der sich also mit Finanztransaktionen auskennt, der hier beim World Economic Forum spricht. Und hier können wir mal kurz reinhören, was er so in diese Richtung geäußert hat. Okay, also ihr habt ihn gehört, er stellt das hier als positiv in Aussicht, dass es doch dann einen individuellen CO2-Fußabdruck-Tracker geben könnte. Das ist natürlich so, wenn es dieses Zentralbankgeld gibt, dieses Digitale, dann ist einfach für den Staat alles öffentlich, also alles einsehbar. Der gesamte Konsum einer Person ist dann einsehbar. Und das kann man natürlich dann mit solchen Ideen bündeln, wie zum Beispiel, dass man sagt, wir sind uns ja alle einig, dass CO2 ganz, ganz böse ist und dass der Klimawandel unser größtes Problem ist und wir alles dafür tun müssen, um den einzuschränken. Und deswegen wird es auch bestimmt niemand als irgendwie eine dumme Idee ansehen, dass er seinen CO2-Abdruck über seinen Konsum trackt. Und das ist natürlich jetzt nur eine Idee, die im Raum steht, aber es zeigt, in welche Richtung das gehen kann, weil das ja dann natürlich auch mit Belohnung und Bestrafung einhergehen könnte. Und das ist auch etwas, das schon in die Praxis im Kleinen umgesetzt wurde. Nämlich gab es hier Punkte für umweltfreundliches Verhalten. Und das ist in Italien bereits umgesetzt worden. Belohnung für umweltfreundliches Verhalten, was bringen Öko-Token? Und Token sind ja auch digitales Geld sozusagen, das trackbar ist. Und in Bologna ist damals, das ist von 2022, ein Punktesystem für Bürgerinnen und, ja, da steht jetzt nur Bürgerinnen, ich nehme an, auch für Bürger, für umweltfreundliches Verhalten eingeführt worden. Und es war damals auch so, dass man das in Bayern wie auch Wien ähnlich einführen wollte. Für Bayern weiß ich, dass das dann nicht stattgefunden hat, aber man sieht, dass es auch Umsetzung in diese Richtung gibt. Okay, und die große Frage ist dann natürlich, ist ja eine Sache, wenn man sagt, das Geld soll digitalisiert werden und es soll zentralisiert werden und komplett von der EZB vergeben werden, was an sich schon ein Problem ist. Aber die Dystopie ist natürlich dann vor allem da, wenn es kein Bargeld mehr gibt, weil Bargeld eben die Transaktion ist, die wirklich noch anonym ist. Und wenn man jetzt hier die Bundesregierung fragt oder auch die EZB fragt, dann verneinen beide, dass es überhaupt die Absicht gibt, Bargeld abzuschaffen und dass dieser digitale Euro einfach nur als Ergänzung dienen soll. Und das kann man jetzt einfach mal so stehen lassen. Ich kann natürlich auch nicht wissen, was die Absichten sind. Ich will hier aber nochmal ein paar Punkte aufführen, welche Tendenzen es denn jetzt gab in letzter Zeit in die Richtung der Abschaffung von Bargeld oder zumindest Einschränkung. 2017 wurde die Bargeld-Obergrenze für anonymes Tafelgeschäft, also das ist in der Regel der Goldkauf, von 15.000 Euro auf 10.000 Euro gesenkt. 2019 stoppte die EZB die Herausgabe von 500-Euro-Scheinen und das eben auch unter dem Vorwand, dass das irgendwie Korruption und Geldwäsche und kriminelle Geschäfte einschränken soll. Das war aber nicht so, dass das irgendwie messbar dadurch eingeschränkt wurde. Also man kann auch in Frage stellen, ob diese guten Absichten, die dahinter stecken, hinter der Abschaffung von Bargeld, ob die überhaupt, ja, sagen wir nicht, ob die Absichten da sind, das kann man auch in Frage stellen, aber ob überhaupt diese Maßnahme einen Sinn macht. 2020 wurde die Bargeld-Obergrenze für anonymes Tafelgeschäft dann von 10.000 auf 2.000 Euro gesenkt. Das heißt, wir waren bei 15.000 und sind mittlerweile auch bei 2.000 Euro. Also mit 2.000 Euro kann ich noch Gold oder Ähnliches einkaufen, ohne dass das dann der Staat oder die Bank weiß, dass ich das eingekauft habe. Das ist natürlich auch ein Punkt, wenn jetzt der Staat alles weiß, genau weiß, wie viel Gold ich habe und dann sagt der, okay, aber wir müssen jetzt hier den Gürtel enger schnallen und die, die Gold haben, das wird jetzt verstaatlicht, dann ist das natürlich eben genau einer dieser Horrorszenarien, die in der Vergangenheit auch schon stattgefunden haben, die Enteignung von Gold. Dann 2020 war es auch so, dass die WHO empfohlen hat, auf Bargeld zu verzichten wegen möglicher Virenübertragung und dass die Geschäfte da auch sich einigermaßen daran gehalten haben beziehungsweise, dass sie das auch forciert haben, dass man bitte nicht bar bezahlen soll, sondern mit Karten bezahlen soll. Dafür gab es überhaupt keinen wissenschaftlichen Nährboden. Wenn man das jetzt heute nachgoogelt, ist das auch wirklich so, dass da geschlossen darüber berichtet wird, dass die Experimente gezeigt haben, dass da überhaupt gar keine Virenübertragung gab. Aber man hat gesehen, dass dann auch so ein Umstand genutzt wurde, um das Bargeld schlecht zu reden. Und 2024 beschließt die EU eine Obergrenze für Barzahlung von 10.000 Euro. Das heißt, da soll schon die Bezahlung auf 10.000 Euro bar begrenzt werden, insgesamt, während das vorher nur für den Kauf von Gold und Ähnlichem beschränkt wurde. Das heißt, es gibt die Attacken auf das Bargeld. Und jetzt kann man mal von der anderen Seite drauf schauen, weil es bleibt natürlich spekulativ zu sagen, Bargeld soll abgeschafft werden oder ersetzt werden durch den digitalen Euro. Aber dann fragen wir einfach mal die EZB, warum brauchen wir denn diesen digitalen Euro? Was sind die offizielle Begründungen neben den Verschwörungstheorien, die im Raum stehen? Und da kann man hier auf die Seite gehen, der EZB, das ist vom Februar 2024, also komplett aktuell. Und da antworten sie auf die Frage, warum braucht Europa einen digitalen Euro? Da schreiben die, die Digitalisierung verändert die Art und Weise, wie wir bezahlen. Das ist unabhängig davon. Der Anteil der Barzahlung geht zurück und die Corona-Pandemie hat diese Verschiebung in Richtung Onlinehandel und digitale Zahlung noch beschleunigt. Ist ja kein Problem, aber was hat das mit dem digitalen Euro zu tun? Der digitale Euro wäre eine elektronische Form von Bargeld für die digitalisierte Welt. Ich bezahle bereits sehr viel Digitale mit Euro-Währung, also warum brauche ich jetzt genau den EZB-Euro? Mit ihm hätten Verbraucherinnen und Verbraucher die Möglichkeit, neben Banknoten und Münzen auch eine digitale Form von Zentralbankgeld zu nutzen. Das bringt mir nichts. Ich kann bereits mit Euro bezahlen. Und hier spielt man darauf an, dass ja auch die Banknoten und Münzen Zentralbankgeld sind, weil sie von der Zentralbank kommen. Aber das ist ja nicht der Punkt. Das interessiert mich ja nicht, dass ich deswegen auch das in digital haben will. Im Gegenteil, die Vorteile von Banknoten ist die Anonymität und die habe ich eher noch, wenn ich jetzt auf Digitale umsteige, wenn ich das von einer privaten Bank mache, als von der EZB, die ja ein Staatsorgan darstellt für Geldpolitik. Ein digitaler Euro wäre eine Neuerung, die das Leben erleichtert. Das ist jetzt die Behauptung. Ein im gesamten Euro-Raum allgemein akzeptiertes digitales Zahlungsmittel, das in Geschäften online oder zwischen Privatpersonen verwendet werden kann. Aber ich bezahle ja im gesamten Euro-Raum schon mit Euros digital. Das heißt, Sie können hier einfach keinen richtigen Vorteil nennen, warum das jetzt überhaupt sein soll. Genau wie Bargeld wäre er risikofrei. Das ist einfach falsch, weil Bargeld sieht man ja wenn dann deswegen als risikofrei, weil es eine anonyme Zahlung ist. Und das ist ja das krasse Gegenteil bei der digitalen Version. Weithin verfügbar und nutzerfreundlich. Aber ich kann ja auch weithin verfügbar mit Euro bezahlen. Ich selbst bin in Bulgarien. Hier ist eine andere Währung. Hier gibt es die Lever-Währung. Und das ist überhaupt gar keine Einschränkung für mich. Ich kann in Left bezahlen, ich kann in Euro bezahlen. Das wird einfach digital umgerechnet. Das heißt, es löst hier kein Problem, das ich habe. Zudem wäre die grundlegende Nutzung kostenlos. Das ist der einzige Punkt, wo ich glaube, dass da Leute damit überzeugt werden können, wenn die Transaktionsgebühren wegfallen. Wobei man hier auf die Wortwahl achten muss. Die grundlegende Nutzung wäre kostenlos. Also irgendein Preis wird man dafür bezahlen. Darüber hinaus würde ein digitaler Euro die strategische Autonomie und Währungshoheit des Euro-Raums stärken. Warum das so sein soll, weiß ich nicht. Indem man die Effizienz des europäischen Zahlungsverkehrssystems insgesamt steigert. Ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie ein Problem war, dass man nicht Geld länderübergreifend in Europa überweisen konnte. Das funktioniert eigentlich, ich mache das ständig. Ich habe meine Kunden im Ausland, das funktioniert sehr gut. Innovation fördert, warum auch immer. Und die Widerstandsfähigkeit des Systems gegenüber Cyberangriffen oder technischen Störungen, wie zum Beispiel Stromausfällen erhöht, das ist auch ein wirklich, das ist ja eine Aneinanderreihung von irgendwelchen Behauptungen. Jede Bank, jede Online-Bank muss ja genauso sich vor Cyberangriffen, technischen Störungen und Stromausfällen schützen. Also was hat das jetzt mit dieser Währung zu tun? Warum soll diese Innovation fördern? Eigentlich ein Wettbewerb fordert Innovation. Das heißt, wenn es so eine Zentralisierung gibt der Währung, ist das eher wettbewerbsschädlich. Und das wollte ich einfach nochmal aufführen, weil das so ein bisschen die Frage stellt, also wenn diese Begründung, diese offizielle Begründung so schwach ist und kein Mensch überhaupt in seinem Alltag das Bedürfnis hat, nach so einer Währung, dann kann man eben verstärkt die Behauptung in den Raum halten, dass es versteckte Absichten gibt, warum man diesen einführen will. Noch ein paar Anmerkungen zu mir. Also das digitale Zentralbankgeld bedeutet eine Zentralisierung von Kontrolle und das ist einfach das Problem. Man kann natürlich Behauptungen aufstellen, was dann alles passieren wird, wie diese Macht ausgenutzt wird. Aber grundsätzlich ist doch das Prinzip da, Zentralisierung von Macht ist schlecht, weil es Machtmissbrauch fördert. Und wenn es dann einen Vorschlag seitens der Machthaber der Regierung gibt, dass sie mehr Macht für sich zentralisieren sollten, dann ist ja die Aufgabe der Bürger, so ist ja auch Demokratie ein Stück weit gedacht, dass es diese Gewaltenteilung gibt, zu sagen, nein, die Macht soll bei uns sein. Und die Macht soll ja auch geteilt sein, weil es sonst eben zu totalitären Zügen und zu Machtmissbrauch kommt. Also eigentlich ist das diese Grundgedanke von Demokratie, für den ja die Leute gerade so auf die Straße gehen angeblich, dass es eben nicht zu so einer Zentralisierung von Macht kommen soll. Und deswegen sollte natürlich auch nicht das Geld einerseits völlig digital sein und dass es dann auch noch, ich sag mal, digital wäre nicht mal das Problem. Es gibt ja auch das Prinzip Bitcoin. Aber dass es dann völlig bei der Zentralbank liegt und völlig dort getrackt werden kann. Und warum das so problematisch ist, dafür habe ich hier nochmal ein paar Punkte aufgelistet, was sind wirklich Befürchtungen dann sein können, die eintreten, wenn der Staat völlig in der Hand hat mit seinen programmierbaren Wallets, was ein Individuum kauft. Oder ja, das komplett tracken kann. Wir kennen ja das Social Credit System, das in China bereits existiert. Und das ja auf so einem Tracking basiert. Und dann wird einfach willkürlich entschieden von einer Kaste Obrigkeit, was denn jetzt soziales Verhalten ist, was asoziales Verhalten ist. Und dann wird das bestraft oder belohnt. Und das ist etwas, was man hier auch ganz klar als Tendenz sieht, dass es diese ständige moralische Deutung gibt von Verhalten und den Ruf danach, dass es jetzt eine Obrigkeit geben soll, die das endlich mal in die Hände nimmt. Und es gibt auch den WEF, das World Economic Forum, das WEF mit seinem Stakeholder-Kapitalismus, der propagiert wird, der im Endeffekt auch so ein Sozialismus ist, wo es dann eine Instanz braucht, die regelt, was ist gutes Verhalten von Unternehmen, was ist böses Verhalten. Da muss es Anreize geben, da muss es Abstrafung geben. Und dass die diese digitale, zentrale Währung möchten, ist ja dann klar, weil darüber ist es sehr einfach, jemanden abzustrafen, einfach zu bestimmen, diese Dinge kosten jetzt mehr, diese Dinge kosten weniger. Wir haben hier auch schon Öztemir, der Fleisch wieder teurer machen will, weil er glaubt, er weiß besser, was für die Leute gut ist und was gesund wäre und was nicht gesund wäre. Die Leute, Politiker, auch WHO, haben keine Ahnung, was gesund ist und was ungesund ist. Das weiß man für sich selbst am besten. Dann werden einfach unter den abenteuerlichsten Begründungen gewisse Einflussnahme getätigt auf das Konsumverhalten. Und klar, einfach die Einflussnahme von Lobbys, Machtmissbrauch ist damit halt noch viel einfacher gegeben. Wir haben hier auch als ganz konkretes Beispiel Justin Trudeau, der in Kanada dann Bankkonten hat sperren lassen von Protestlern. Das waren einfach normale Bürger, die zur Arbeit gegangen sind, wo dann plötzlich die Politik gesagt hat, nee, wenn ihr weiter euren Job machen wollt, euren Beruf ausüben wollt, wie es eigentlich euer Recht ist, dann müsst ihr euch jetzt hier zweimal etwas indizieren lassen. Und die haben einfach gesagt, nein. Und dann gab es hier zur Sperrung von Konten, das natürlich im Falle eines digitalen Euros, dann noch viel einfacher zu handhaben. Und wir sehen hier in Deutschland konkret auch diese aktuellen Maßnahmen gegen sogenannten Rechtsextremismus, wo es dann schon eine unfassbare Schwammigkeit gibt bei der Definition und warum jetzt gewisse Gruppierungen als Rechtsextreme überhaupt eingestuft werden und warum andere eigentlich nicht als extrem eingestuft werden, die zum Beispiel klar linksextrem oder klar demokratiefeindlich sind von einer anderen Seite. Das heißt, es gibt da schon jetzt ganz deutlich diese Willkür und hier kann man nochmal festhalten, was Fäser bei der Bundespressekonferenz gesagt hat. Derzeit sind Finanzermittlungen, also das ist schon das Tracking, die Ermittlungen dahingehend, wofür jemand sein Geld ausgegeben hat, auf volksfätzende und gewaltorientierte Bestrebungen beschränkt. Ich will mit einer Gesetzänderung dafür sorgen, dass es aufs Gefährdungspotenzial ankommt. Da geht es um Aktionspotenzial und gesellschaftliche Einflussnahme, Also will man diese gesetzliche Regelung noch schwammiger machen, es ist nicht allein schon so, dass es schlimm genug ist, dass jeder hier irgendwie als Unterstützer von rechtsextremistischen Organisationen gelten kann, der zum Beispiel irgendwie die AfD unterstützt, sondern es soll dann noch schwammiger gemacht werden, dass einfach die finanziellen Transaktionen getrackt werden können, die jemand auf privater Ebene macht, wenn irgendwie im Verdacht steht nur, dass es so ein Aktionspotenzial in diese Richtung geben könnte oder dass er gesellschaftliche Einflussnahme nehmen könnte. Ich finde, hier sind ganz, ganz deutliche Absichten zu erkennen, dass es ein großes Problem darstellt, wenn auch die deutsche Regierung, Regierungen, aber auch allgemein, einfach so einen totalitären Einfluss nehmen können auf ihre Bürger. Und meine Idee oder wie man darauf reagieren sollte, ist einfach das Angebot abzulehnen, einfach zu sagen, wir nutzen den digitalen Euro nicht. Manche werden das machen, klar, aber das ist eigentlich das Gegengift und das muss ja dann auch dazu führen, wenn es denen wirklich wichtig ist, warum auch immer, dass sie dann wieder zu wirklichen Überschreitungen greifen, wie es in der Vergangenheit schon passiert ist, als sie ihre komischen Angebote gemacht haben, die manche abgelehnt haben und dass sie sich entsklaven als diejenigen, von denen die Gewalt ausgeht und immer mehr Leute wirklich sehen, dass der Staat das nicht so gut mit ihnen meint, sondern dass er einfach seinen Willen seinen Bürgern aufdrückt. Und deswegen, Angebot ablehnen ist auf jeden Fall ein Lösungsangebot, das er machen möchte.